Und wir sehen, dass 5G überall hingebracht werden soll. Die Fernseher sind voll davon, die Anzeigen sind voll davon, die Werbung. Die sagen uns, 5G macht unser Leben besser. Und die wollen einfach, dass wir dieses 5G einfach akzeptieren. Und nur, weil ich ein Videospiel dann in 6 Sekunden statt in 16 Sekunden runterladen kann. Und sie geben Milliarden, Billionen von Dollars aus für 5G? Und es geht nur um Überwachung und Datensammlung für Bill Gates und seine Freunde. Und nicht für uns. Bill Gates sagt, dass sein Satellite, dass sein Satellitflug, will be able to look at every square inch of the planet 24 hours a day. Und mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus beobachten. Und sie nutzen das, um uns auszuspielen hier mit der Gesichtserkennung. Die ganzen Smart Devices, das ist nicht für uns. Es ist nur für die Überwachung und für die Datensammlung. Diese Pandemie kommt der Elite zu Pass, damit sie uns alles diktieren kann, was sie will. Und sie nutzen die Pandemie, um uns zu überwachen, um uns zu kontrollieren, komplett zu kontrollieren und um den gesamten Wohlstand von der Bevölkerung zu einer Handvoll weniger aus der Elite zu transferieren. Und das Einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin. Und wir sagen euch, wir rufen euch zu, ihr bekommt unsere Freiheit nicht, ihr bekommt unsere Kinder nicht und wir retten unsere Demokratie. Vielen, vielen Dank. Thank you, sir, so much. So, der Fall verlegt sich wieder auf der Bühne, das heißt, es ist ernst. Verteilt euch bitte auf die Straßen, die Polizei droht uns uns an, aufzulösen. Bitte verteilt euch. Ich weiß, dass links auf der Seite noch Platz ist. Bitte tut das und hältst uns alle mit, dass wir nicht die Bilder am 1.8. wieder haben in Berlin, sondern verteilt euch weiträumig, wir haben Siegplatz, auch hier oben an der Siegessäule auf der Treppe. Macht bitte die Abstände und dann übergebe ich jetzt an den Dirk. Aber ihr Lieben, passt auf, es steht spitz auf Klopf. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Ich möchte, dass wir hier vorne, hinten an der Säule und überall da, wo es keine Anstände gibt, ihr sollt hier weg, geht nach links rüber, nach nah. Wenn ihr das nicht macht, ist die Versammlung hier bald vorbei. Wir kommen jetzt gleich runter und fordern euch dazu auf. Wir müssen hier wegtreten, massiv. Und wenn ihr das nicht macht, sind wir jetzt die Schuldigen. Und das wollen wir nicht. Bitte! Richtung ganz Reuterallee soll noch sehr viel Platz sein, sagt gerade die Verbindungsmacht in der Polizei. Also bitte, wer sich da aufkennt, Richtung ganz Reuterallee. Wir brauchen Platz, es sind ausreichend LED-Wände da. Es sind die Türme da, bitte. Lasst uns das versuchen, hier hinzubekommen. Es kommen ja auch noch viele Leute von der Straße 17 Julis vom Brandenburger Tor runter. Deswegen, wir brauchen einfach Platz. Wir sind halt viele. Genau, bitte im E-Bau auch oben auf der Siegessäule. Bitte macht das in die Richtung da hinten von der Leinwand. Bitte hält uns allen mit, dass wir diese Versammlung fortführen können. Wir müssen die Aufhörung.